Aber es ist bei den Geräuschen ganz gefährlich, wenn die einfach auf der Seite liegen. Also soll sie mal stolpern, wenn sie von Löwen gejagt werden, dann können die sofort einen Schlaganfall erleiden, weil der Druck unverminnert zu ihnen war. Deswegen diese Kürze, die bei den Wasserschöpfen, das ist gut, wenn ihr einen Schlauch abmickt, damit nicht so viel Wasser durchfällt. Ja, ja, also unglaublich. Aber dieselbe Anzahl Halswirbel wie jedes andere Sorge.